ich mache jetzt keine richtig geschnittenen videos mehr weil das alles ein bisschen nervig von mit rtl aber genau ist mich haben fragen erreicht zur aktuellen bachelorette in diesem zusammenhang ich hatte auch überlegt ob ich mal mein hemmschemeier privat dass man einen zweiten youtube-kanal mal wieder reaktivieren mal wieder videos machen zu ganz anderen themen wenn ich das grundsätzlich interessieren würde könnte das ja mal in die kommentare schreiben und genau was für themen keine ahnung einfach mal was anderes als was hier ist auf jeden fall aber genau ich fand das auch spannend mit der bachelorette ist ja diese welt wie staffel auf rtl ist jetzt holt die einschaltquoten schon mal schon so schlecht dass sie früher was also das flaggschiff der bachelorette hohen finanziellen mitteln gedreht das waren sie am aufwändigsten produktion so ein reality tv bei rtl und aber ja ich vermute mal dass an den einschaltquoten liegt diesen glaube ich generell scheint reality tv runter zu gehen was mich auch nicht wundern muss ich sagen aus dem free tv verband und jetzt nur noch bei rtl plus oder tv now zu finden und ja wer das deswegen haben es vielleicht auch viele gar nicht gesehen keine ahnung auf jeden fall haben wir da zum ersten mal was ich eigentlich an für sich eine logische idee finde und auch irgendwie gut zum ersten mal so eine so eine bie staffel so ne ich meine bin eigentlich der gleichen meinung wie mein kollege onion dog das vielleicht besser gewesen wäre das unter einem anderen label zu machen weil wenn du bachelorette sie ist dann erwartest du jetzt nicht eine bisexuelle staffel und das hat auch genau das problem sondern es wäre vielleicht besser gewesen ein eigenes format zu machen nur wir wissen ja wo es endet das endet dann also sieht das ja schon bei princess und prince charming was ich wie gesagt auch grundsätzlich gesellschaftlich bestimmt eine gute sache ist aber dass sich die leute fragen warum sollen wir denn die hier diese front man oder die front woman daten wenn wir uns untereinander daten können und das heißt wenn das dann so gelockert wird dann ist man natürlich bei so bums formaten wie ja love island oder vor allen dingen x on the beach und diese ganzen sachen das ist auch schon das erste problem bevor überhaupt auf dieses mixed eingehen dass also man bei rtl sieht dass also dass es immer weiter weg geht aber ich sehe das überall das habe ich auch in meinem buch neue dimensionen der liebe auch schon beschrieben dass irgendwann sind so alle tabus gebrochen als du hast du machst content der auf drama basiert klar drama mögen wir alle verstehe ich auch aber das läuft sich halt tot weil dann okay das drama kennen wir jetzt so also die die normalen geschichten kennen wir jetzt es kommt noch einer drauf also dann noch mehr sex im free tv noch mehr weil sie nicht noch mehr fake konflikt noch mehr überraschende wendung aber es irgendwann ist halt alles 20 alle tabus gebrochen und und es gibt ja auch schon alles naked dating im tv und ich weiß nicht was und damit einfach einfach nur langweilig warum weil die echten stories fehlen so eine weil es nicht mehr wirklich die nehmen seit neuestem irgendwie einfach nur noch influenza was ich einen riesen fehler finde weil weiß genau was warum geht ein influenza in diese sendung um seine reichweite zu erweitern bestimmt nicht um partner zu finden den er vielleicht auch so finden würde wenn er es auch wollen würde so ne also das heißt dieses ganze also das man merkt einfach dass das ist wirklich nichts nichts echtes mehr dabei und das macht auch immer langweiliger anzugucken also die mussten wir wirklich wieder kann ich könnte ich aktuell wirklich nur raten mal wieder leute nehmen die vorher keiner kennt die wirklich aus dem alltag sind irgendwie und ja überhaupt also wenn man schon weiß dass diese menschen entweder gar nicht beziehungsfähig sind oder gar keine beziehung führen wollen offensichtlich oder nur so drei monats beziehungen hast du in die nächste folge gehen können dann wird es total beliebig ne das wird einfach total langweilig so ne das ist das ist wie so free jazz also nichts gegen free jazz aber es gibt keine regeln jeder macht was er will und dann keine ahnung na gut aber zurück jetzt zum aktuellen problem erst mal also wie kann man also ich bin einfach wirklich fassungslos wie kann man als bachelorette diese stella stigmann nehmen also ich kann es wirklich nicht glauben das ist die die war auch schon to have to handle dieses format von netflix und hat dann danach wie viele sagen jetzt nicht belegen kann es natürlich nicht eine absolute fake beziehungen geführt zum kloppen anderen member von to have to handle beides influencerin die wo man den eindruck hatte die machen das einfach nur um klicks zu steigern so die stella als als ich das so verstanden habe halt bisexuell dann ihre freundin als ich habe zum ersten mal eine freundin und wie ist denn das wohl ich hatte so vorher noch nie eine frau und wo wirklich alles danach schrie ist es irgendwie so fake content euch hast du sowas wirklich aber man weiß natürlich letztlich nicht hundertprozentig aber wenn ihr noch mehr informationen könnt ihr gerne kommentare schreiben also wie kann man also wie gesagt also nicht nur dass die schon anderen formaten war okay da kann man ja noch drüber ein weg sehen und wenn sie wie ist es wie aber nein das ist auch noch jemand der im playboy waren onlyfans account hat also ist es wirklich also ich bin wirklich fassungslos wie kann man die nehmen also das schreit wirklich einfach nur nach nutzerzahlen ausweiten apropos drückt ihr auch mal auf den abo knopf bei mir ist das natürlich was gut ist wenn ich meine nutzerzahlen ausweiten endlich mal auf die 50.000 kommen nee aber also das natürlich ist dann nichts echtes mehr so weil weil es geht nur das merkt man auch mal an sich nach merkt man das in ihrem ganzen verhalten dass sie jeden satz überlegt wie wirklich jetzt was natürlich grundsätzlich wenn du so profi bist eine gute idee ist im tv aber dadurch wird es halt so unauthentisch also jede geste von ihr wirkt wie wirkt das jetzt wie kommt das jetzt rüber so ne und ja und dann genau trifft sie auf ganz normale hetero männer die gar nicht wussten dass es eine bi-staffel ist irgendwie und dann oh wunder kommen auf einmal dafür weiß ich wie viel ich habe es auch wirklich nur so überflogen also fünf sechs frauen um die ecke die natürlich wussten dass es eine bi-staffel ist und dann ist schon mal das erste haha die doofen männer die wussten gar nicht dass es eine bi-staffel ist und jetzt sind sie davon überrascht und ein bisschen irritiert hahaha die doofen männer wir sind ja alle so woke ne ich kann das schon wieder so lame wirklich das ist und dann das nächste problem habe ich sehe ich auch schon lange zeit dass das immer vermischt wird dieses irgendwie queer dating sendung mit woke warum muss man das mischen das ist warum warum kann zum beispiel princess charme nicht einfach charme sein nein es muss dann auch noch müssen alle möglichen wie wieso bravo irgendwie nein du musst dir deine axelhaare nicht rasieren und also wieso muss man das so vermischen irgendwie oder du musst dies nicht oder wir formen jetzt aus knete unsere joni und warum warum muss das sein natürlich kommt das da jetzt auch rein wenn es vorher einfach hier wie daten uns jetzt in locations die übrigens auch immer die gleichen sind es ist immer der dieses elefanten sanctuary in thailand ist es immer diese komische stadt auf dem wasser mit diesem fußballfeld es ist immer das fucking gleiche das richtet mich um kann man das nicht mal auf island machen oder ich war also es ist auch schrecklich wirklich ich weiß gar nicht was da los ist immer das gleiche oder in mexico und dann was nicht als wenn dir wirklich nichts anderes einfällt naja was wollte ich sagen genau und da wird natürlich auch wieder wenn gibt es dann so dialoge die ja teilweise sogar abgefeuert werden auch so schon wieder wo dann wo dann so ein mann sagt geisteskrank das ist ja geisteskrank cool irgendwie so wisst du so wo sich sonst also wenn schon dann diese bumsformate hat sich einfach niemand über irgendwas aufgerichtet aber dann natürlich wieder die sprachpolizei kommt und das sagt man aber nicht mehr und und dann wieder soll die doofen männer die haben mir gar keine woke bewusste sprache also natürlich kann man im einzelfall kann man immer gründe finden warum warum vielleicht bestimmte wörter nicht gut sind aber dass aus einer belehrenden art in der datingshow so auszuwalzen kannst du einfach rausschneiden was nicht gut findet jetzt aber damit die männer halt so belehrt und die setze doof und obwohl die gar nicht wussten dass sie jetzt teilnehmen an so einer staffel irgendwie so einem also ist wieder sturm im wasserglas und es wieder ist es hier dieses immer diese gleiche dass man so wirklich mit einer mit einer blaskampelle ins ohr getrötet kriegt so ist so lebt man heutzutage das darf man alles nicht sagen und also insofern grundsätzlich ich finde es gar keine schlechte idee warum das eigentlich die konsequente fortsetzung von wir nehmen zwei bachelors vielleicht einfach zwei bachelorettes nehmen sollen zu meinetwegen warum nicht dann einen einen alle wissen bescheid es gibt einen bisexuellen bachelor und eine bisexuelle bachelorette und dann gibt es meinetwegen kreuz und quer leute die darauf auch entsprechend vorbereitet gerne gerne warum nicht kann man machen nur wie gesagt das scheint auch keinem aufzufallen dass das natürlich ganz in unserem umfeld stattfindet wo dann auch ist ja nicht nur dass die bisexuelle sie sagt ja auch sie will offene beziehungen also auch völlig okay nur was macht in diesem bachelorette also vielleicht bin ich da auch zu eng stellen ich mache in diesem bachelorette universum überhaupt keinen sinn weil wenn es sowieso alles offen und kreuz und quer ist warum wird ja auch diese einzelne begegnung total beliebig irgendwie so und warum sollte man sich das im fernsehen angucken also ich das finde ich zum beispiel jetzt mal was lobend zu sagen sehr gut bei prominent getrennt dass da zumindest vorwiegend vielleicht auch nicht durchgängig leute waren die hatten tatsächlich eine echte beziehung und die treffen wieder aufeinander und man sieht wirklich dass da echte stories sind dass da der eine vielleicht wieder zusammenkommen man ist vielleicht total abgefuckt es werden reale gespräche geführt über diese beziehung und und die hat zumindest so eine idee von das ist jetzt eine echte story und wie gesagt für mich so eine stella stegmann also ich kann natürlich machen was sie will ist für mich einfach so der imbegriff von so retorten produkt was keine ecken und kanten hat so also klar man könnte jetzt sagen weil sie hat auch die ecken und kanten dass sie bisexuell ist nein das ist heute keine ecke und kante mehr das ist einfach der mainstream was ist wenn es in großstädten ist einfach der komplette mainz ist das ist nicht ecken und kanten ich weiß es nicht naja gut aber deswegen mache ich es auch deswegen einfach nur mal ein video dazu deswegen schneide ich das auch nicht mehr was macht einfach keinen fucking sinn ja genau wie seht ihr das ganze schreibt sie in die schreibt sie in die Musik